Und ich habe wirklich gesehen, da hinten ist ja schon eine ziemliche Glatze. Und jetzt ist es wirklich Zeit, noch intensiver darüber nachzudenken. Und dann kommt man an Mosamedical eigentlich nicht vorbei. Sehr entspannt, muss ich sagen. Sehr konzentriert, das Ärzte-Team. Also es ist alles ganz ruhig und sehr gewissenhaft, sehr professionell. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020